Alle guten Dinge sind drei, im Fall von Mareila Höppner, 41, scheint dies zumindest zu stimmen. Neben ihrer Boulevard-Sendung, Ruisant, und der im Herbst anlaufenden Show, den Star, freut sich die TV-Moderatorin nun über ihr drittes Engagement im Ersten. Ab Anfang September wird sie die Rates-Sendung, Stadt, Land, Haus, sowohl in Deutschland, moderieren. Worum es bei dem neuen Unterhaltungsformat geht, hat sie schon jetzt gegenüber der, Bild am Sonntag, verraten. Befolge 20 seien insgesamt geplant, besichtigen jeweils zwei Kandidatenbare drei Immobilien in einer bestimmten Region Deutschlands. Anschließend müssen sie möglichst exakt deren Wert erraten sowie Fragen zum Inventar beantworten. Den Gewinnern der Rates-Sendung winken eins. 0-Euro-Sieg-Prämie Worauf sich die Zuschauer freuen können? Die Spannweite reicht vom Hausboot bis zum Trüm, Weishöfner und erzählt weiter von einem Mann, der Geldscheine im Wert von 250. 0-Euro zerschnitten, hatte, um die Schnipsel, zur Dekoration, in Gläsern aufzubewahren. 0-Euro zerschnitten, hatte, um die Schnipsel, zur Dekoration, in Gläsern aufzubewahren.